Dann kommen wir zur Ausrüstung. Was brauche ich zum Sportklettern? In erster Linie brauche ich einmal einen modernen Hüftgurt dazu mit verstellbaren Beinschlaufen, mit einem Verschluss, der sich selbst blockiert und der entsprechend Materialschlaufen hat, wo ich dann meine weitere Kletterausrüstung dranhängen kann. Ein Einfachseil, das muss nicht allzu dünn sein. Das ist das Gewicht, spielt jetzt beim Sportklettern weniger die große Rolle. Wichtig ist, dass die Länge entsprechend passt und meistens verwenden wir Seile mit einer Länge von mindestens 60 Meter. Manchmal braucht man im Klettergarten schon 80 Meter Sportkletterseile. Dann, ganz wichtig, die sogenannten Kletterpatschen oder Kletterschuhe. Schweizer sagen Kletterfinken dazu. Das sind Reibungsschuhe, mit denen ich einfach besser antreten kann, besser steigen kann und mehr Grip am Fels habe. Dann brauche ich Zauberpulver. Das ist Magnesium, damit die Hände immer schön trocken bleiben. Express Schlingen, je nachdem wie lang die Sportkletterroute ist, nehme ich mal entsprechend viel Express Schlingen mit. Ein Steinschlaghelm, wenn ich in einem steinschlaggefährdeten Klettergarten unterwegs bin. Und dann das Herzstück. Ich brauche ein Sicherungsgerät und da ist wichtig, dass der Karabiner und das Sicherungsgerät zusammenpassen und dass das Sicherungsgerät zum Seildurchmesser passt. Und natürlich muss ich wissen, wie ich mit dem Sicherungsgerät umgehe. Und zu guter Letzt, falls ich einmal selber abseilen muss, von einer Sportkletterroute brauche ich eine 120er Bandschlinge, zwei Schraubkarabiner und einen Kurzbusig. Erste-Hilfe-Packtel haben wir auch immer dabei. Das ist eigentlich alles, was ich zum Sportklettern brauche. Falls ich jetzt alpine Sportkletterrouten begehen will, das heißt mehr Selllängen in Bohrhakenumgebung, brauche ich noch entsprechend Material für den Standplatzbau. Ich brauche ein anderes Sicherungsgerät, zusätzlich noch ein paar Karabiner, sowie Rebschnüre und Bandschlingen, dass ich auch gewisse Bergrettungsmanöver durchführen kann.